Hallo, heute schaue ich mir die Eigenschaften der Schenkwaffe mal genauer an. Die Bezeichnung Schenk kommt aus dem amerikanisch-englischen und bedeutet so viel wie improvisiertes Messer. Und to shank someone bedeutet so viel wie auf jemanden einstechen. Ich finde, das ist eine ziemlich gute Beschreibung für dieses kleine Messer hier. Die Wirkung der Waffe ist unverfälscht. Das heißt, Gravitation hat zum Beispiel keinen Einfluss auf die Waffe. Stichwort schwarzes Loch. Diese Waffe errichtet einen maximalen Schaden von 80 Punkten an und du kannst damit auch mehrere Gegner auf einmal durchstechen. Sie besteht aus einem Projektil. In diesem Fall ist es wohl eher eine Klinge als ein Projektil. Die Waffenreichweite ist mit 29 PU in der offiziellen Wiki angegeben. Aber ich stehe jetzt hier genau 29 PU, also Power Units, entfernt von diesem Gegner und ich erreiche ihn genau mit einem Pixel. Also ich berühre ihn mit einem Pixel. Und siehe da, der Gegner bekommt keinen Treffer ab. Reduziere ich die Feuerkraft jedoch auf 28 und lasse einen Spalt zwischen dem gegnerischen Panzer und meiner Feuerkraftanzeige von einem Pixel, dann treffe ich den Gegner in jedem Fall. Also beträgt die Reichweite von der Schenkewaffe meiner Ansicht nach 28 PU. Die Waffe kann Schild penetrieren. Das heißt, hätte der Gegner hier jetzt einen Schild, würde ich ihn trotzdem treffen. Das bringt ihm also nichts. Und diese Waffe kann Landmasse penetrieren, so wie du hier sehen kannst. Du kannst die Landmasse, so wie jetzt in dieser Konstellation hier, als Schutzschild verwenden. Dann kann der Gegner dich schon mal nicht direkt beschießen. Du kannst ihm aber trotzdem Schaden zufügen. Beim Wirken durch die Landmasse wird die Landmasse nicht verändert. Das heißt, diese Waffe macht keinen Geländeschaden. Mit der Waffe kannst du dir auch selbst keinen Schaden zufügen. Ich meine, das würde ja auch komisch aussehen, wenn du mitten im Spiel anfangen würdest, selbst auf dich einzustechen. Die Schenkewaffe prallt vom Bumper auch nicht ab. Hier am Rand ist ja bekanntlich ein Bumper. Und wenn ich da jetzt drauf einsteche, dann passiert da einfach nichts. Eine weitere Eigenschaft ist, dass ich durch den Bumper hindurch wirken kann. Das kann ich jetzt hier schlecht demonstrieren. Aber würde dieser Gegner jetzt dahinter stehen, würde ich ihm Schaden hinzufügen. Die Waffe bekommst du ab Level 21. Und wenn du die schnell hochleveln möchtest, solltest du vielleicht XP-Formrunden spielen. Wo alle in der Mitte stehen und einfach nach oben schießen. Wenn du die Schenkewaffe in so einer XP-Farmrunde bekommst, musst du nicht ewig weit wegfahren von dem Gegnerverbund. Sondern es reicht, wenn du ganz leicht versetzt stehst, so wie ich jetzt hier. Und wenn ich die Waffe jetzt abfeuere, mache ich trotzdem Schaden. Ähm, ich kann das jetzt mal hier mit mehreren Gegnern demonstrieren. So, das müsste jetzt 3x80 geben. Oder 2x160 und 1x80 wegen kritischem Schaden. Okay, das war's erstmal zu dieser Waffe. Wenn ich etwas vergessen habe zu erwähnen, darfst du das gerne in die Kommentare schreiben. In diesem Sinne sage ich Tschüss und frohes Stechen und Hauen.